Hallo und herzlich Willkommen von der KOMMA-Flächen aus dem Wohlfühlmodehaus Mittermeier in Wildernau. Da haben wir jetzt ein ganz besonderes Programm, nämlich so ein Homewear, also einfach so ein Jogginganzug, ganz schön zum Anziehen für zu Hause oder kann man auch einkaufen gehen damit. Das was ich jetzt an habe, gibt es so in beige oder auch in Hose, den Gucci mit der Hose. Es ist auch ganz schön so in dem Materialmix und hinten steht da immer so KOMMA-ACTIVE drauf. Und bei der ganzen Kapsel ist auch eine sehr, sehr schöne Jacke dabei, die man einfach gerade beim Sport noch drüber schmeißen kann, wenn man da eh so schwitzt, dass da ganz was locker drüber pflegt, das was dann nicht anliegend ist, wo man so superklasse ins Auto dann nach dem Sport einsteigen kann. Und das Ganze wird noch abgerundet mit einem Yoga-Top, also ein Top, das man zum Yoga oder zu anderen Sportarten anziehen kann, gibt es auch in diesem Muster. Und dazu dann auch die passende Hose, auch wieder einfärbig und in dem Muster, wo man dann einfach wirklich zum Yoga gehen kann. Ja, das Ganze gibt es in den Mittermeier-Geschäften in Wildernau, Matikofen, Braunau und Ried oder auch im Onlineshop von Mittermeier unter www.muttermeier.at. Musik Musik